Italien verpasst die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2018. Während dem Spiel rastet Daniele De Rossi auf der Ersatzbank aus, weil er nicht eingewechselt werden wollte. Daniele De Rossi wollte unbedingt die Weltmeisterschaft Qualifikation schaffen. Der Weltmeister von 2006 musste im entscheidenden Playoff-Spiel seiner Italiener gegen Schweden allerdings von der Bank aus zuschauen. Als der 34-Jährige dann doch noch eingewechselt werden sollte. Und zum Aufwärmen geschickt wurde, rastete der defensive Mittelfeldspieler aus. Warum zum Teufel soll ich rein? Wir brauchen kein Unentschieden, wir brauchen einen Sieg, brüllte er Italiens Assistenztrainer an. Dabei zeigte De Rossi wiederholt auf Stürmer Lorenzo Insigne, der ebenfalls auf der Bank saß. Bild auf Twitter anzeigen Bild auf Twitter anzeigen Bild auf Twitter anzeigen Bild auf Twitter anzeigen Will Pachmann Klammer Affe Will Pachmann Der Rossi ist 100% going to kill a person today. 4.41 Uhr Binde Strich 14. November 2017 5.5 Antworten 92 92 Redwirts 205.205 Gefällt MIR Angaben Twitter Ads Info und Datenschutz Ich meinte nur, das Spiel ist fast zu Ende, und wir müssen gewinnen, also schickt die Stürmer zum Aufwärmen, sagte De Rossi nach dem Spiel dem italienischen Fernsehsender Reisport und ergänzte. Es tut mir leid, falls ich jemanden beleidigt habe. Am Ende kamen weder De Rossi, noch Insigne zum Einsatz und Italien verpasste zum ersten Mal seit 60 Jahren die Qualifikation für die Weltmeisterschaft.